Ich darf Sie ganz herzlich heute hier begrüßen. Ich freue mich jetzt auf den auf die Wanderung, auf den Spaziergang innerhalb unserer Stadt, um einfach nochmal die verschiedenen Lebensstationen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen auch abzugehen. Also, wir sind hier wieder in Heddesdorf und das war die Heimstatt von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In Weyerbusch, kennen Sie bestimmt, ist ja so ein Schild am Ortseingang, wo alles begann mit Raiffeisen, aber eigentlich begann er hier alles, ne? Müsstet ihr hier nicht noch ein größeres Schild aufstellen? Ja, hier begann vor allem die Wohlfahrtsgeschichte. Hier kam tatsächlich dann auch der Durchbruch, der dann auch überregional und heute ja weltweit auch den Erfolg hat. Gut, dann können Sie das aufs Schild schreiben, hier kam der Durchbruch. Genau, hier kam der Durchbruch. Sie sind der Chef der örtlichen Volks- und Raiffeisenbank. Ganz genau, der Volks- und Raiffeisenbank da Wiedlenburg. Ihr Name ist? Andreas Harner. Herr Harner. Das hier ist ja quasi das Haus, ohne dass Sie keinen Job hätten, oder? Kann man so sagen. Hier hat er eine Idee entwickelt, hat hier den Wohltälligkeitsverein gegründet und dann 1864 Dahlinskasselverein Heddesdorf. Und darauf fußt unser Haus ganz genau. 1862, auch über die Bürgermeisterin Engers und Heimbach-Weiß, ist unser Haus entstanden. Und damit sind wir die älteste, durch Wisslich Wilhelm Raiffeisen die begründete Bank, und noch selbstständige Bank der Welt. Guck mal hier, diese Schiefermauern atmen Geschichte. Hier wurde die erste Genossenschaft der Welt erfunden. von Raiffeisen. Haben Sie was für mich? Wir haben auch etwas Genossenschaftliches. Das ist wunderbar. Wir haben eine ganz tolle Aktion gestartet. Wir haben über 800 Menschen zusammengebracht, die sich bereit erklärt haben mit einem Porträt. Also das ist Raiffeisen gebildet aus den Porträts von ... Über 800 ... Musste man da Genossenschaftler sein? Nein, musste man nicht. Aber alle haben sich bereit erklärt. Das ist Fusch neu. Sie kriegen das in einer vernünftigen Ausflachtigung auch noch von uns. Muss mal gucken, ob ich den Rucksack kriege. Jetzt geht's ja. Wir wollen es jetzt wieder zusammen, dann passt es bestimmt dran. Sehr gut. Was einer nicht schafft, das schaffen viele.